Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Okay, wir versuchen es nochmal. Also. Ich glaube, Kathi, das war der komplizierteste Sendungsanfang, den ich hier hatte. Echt? Ja. Und nur nicht, dass es hier Irritationen gibt. Mein Gast ist nicht die China, dieser Papagei, sondern die liebe Kathi. Und die China, die quatscht uns normalerweise das Ohr voll. Und jetzt zum Sendungsstart hat sie keine Lust gehabt. Und wir hatten sie eigentlich vorhin auf deiner Hand. Und jetzt, Patrick, kannst du mal kurz zeigen? Die hat dich so zerbissen. Kathi, das ist okay. Ich bin das gewinnt. Ehrlich? Ja, Wahnsinn. Diese zwei Papageien sind die ersten Menschen, auf die man trifft, wenn man bei dir in deine tolle Kneipe kommt. Ja. Du hast diese Kultkneipe, und man sagt zu dir auch Kultkati. Ja. Warum hast du die Kneipe aufgemacht? Eigentlich war mein Bestreben darauf, Kneipe gibt es für Männer. Ja. Und ich wollte eine Kneipe ausschließlich für Frauen, wo Frauen allein rein können, wo sie sich wohl fühlen. Deswegen ist es auch so eingerichtet, das ist mein Geschmack. Nicht den Geschmack von meinem Mann, sondern meiner. Und ja, und weil es ist halt so, dass die Männer halt alle Kneipen der Welt haben. Da können die überall alleine rein, aber als Frau. Und so ist das entstanden, weil ich gesagt habe, naja gut, wenn sich Frau wohl fühlt, kommen ja die Männer automatisch. Also die brauchst du nicht extra. Und das ist immer merkwürdig. Und die haben auch immer die Anerkennung von den Gästen, du machst das richtig und... Ja, man fühlt sich auch wohl. Also wir gehen natürlich auch gleich rein und zeigen ihnen, wie toll es da drin ist. Es ist einfach so heimlich und man wird gleich so von dir quasi bildlich umarmt und denkt sich so, ach, hier könnte ich mal ein paar Stündchen verbringen, gell? Ja. Kathi, und du bist heute bei mir in der Sendung, weil du hast nicht nur diese unglaubliche Kneipe und bist die Kult-Kati, für mich bist du auch die Kultur-Kati. Und du bist deswegen bei der Sendung, weil ganz viele tolle Menschen, auch bekannte Menschen, treten bei dir auf. Da quatschen wir natürlich gleich auch drüber, lernen so ein bisschen kennen, wie das bei dir auf der Terrasse und drinnen aussieht. Und vorher schalten wir ganz kurz in eine tolle neue Attraktion, die jetzt in Stuttgart endlich ihre Türen geöffnet hat. Diese kleine Schere hat heute große Bedeutung für das Stadtpalais. Denn in wenigen Sekunden wird das Stadtpalais, das Museum für Stuttgart, eröffnet mit einem Scheren-Shit. Leider darf ich nicht. Das übernehmen andere Menschen, aber wir sind natürlich dabei. Sie warten jetzt auch hier, dass das Stadtpalais eröffnet wird. Was ist das Besondere für Sie? Ich finde das schön, dass wir überhaupt ein Stadtpalais haben hier in Stuttgart. Andere Städte haben das schon. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was hier ausgestellt wird und wie das sich künftig entwickelt. Sie sind heute Morgen auch bei der Eröffnung dabei. Warum? Durch Zufall. Weil wir gerade in Stuttgart sind, da haben wir gesagt, jetzt gucken wir uns das an. Sie sind gar kein Stuttgarter? Nein, wir kommen ins Rutesheim. Ist auch schön, aber Stuttgart ist noch ein bisschen schöner. Genau. Herr Dr. Meier, wie war es? Großartig. Wir haben ja schon seit Wochen und Monaten auf diesen Tag hingefiebert und es hat wirklich viel Freude bereitet. Damit ist das Festival eröffnet. Alle Besucher sind schon reingeströmt und wir werden gleich mal den Direktor des Stadtpalais fragen, was sie beim Eröffnungsfestival, was übrigens bis zum 22. April geht, alles so erwartet. Also viel Spaß. Heute am Mittwochabend, da machen wir einen Abend zu Stuttgart, unseren VfB, zusammen mit Andreas Beck, mit Timo Hildebrandt, mit Lennert Brinkhoff. Also ein bisschen rauszufinden, wie viel hat denn Fußball mit Stadtidentität zu tun und wie hängt das eigentlich zusammen? Am Freitagabend gibt es einen ganz besonderen Abend, da vertonen wir gemeinsam mit dem Publikum mal eine Soko-Folge. Wir als Publikum ist mal so ein Experiment gemeinsam, passt eben zu unserer Ausstellung Sound of Stuttgart, wo man auch selber Geräusche macht. Freitag ist sozusagen das Party-Highlight, da feiern die Turntable Rockers ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum hier, also Tom Miller und Michi Beck, sozusagen Stuttgarter Urgesteine, die heute nicht mehr hier leben, aber die sozusagen für den besonderen Tag zurückkommen. Ja und dann haben wir fertig sozusagen, was das Eröffnungsfestival angeht. Bis jetzt finde ich es sehr schön und so. Vor allem ist es sehr aufschlussreich, das Ganze. Also das finde ich sehr schön. Und ich interessiere mich viel für das Ältere, also für die Antike und so. Das ist also meines, was ich sehr gerne mag und so. Deswegen bin ich heute Morgen auch hierher gekommen. Ich warte schon lange darauf, dass das eröffnet wird, dass ich das vielleicht noch erleben kann, habe ich immer gedacht. Das Stadtpalais eröffnet, wie finden Sie es bis jetzt? Ich bin jetzt gerade erst reingekommen, aber so erster Eindruck sehr positiv. Warum? Ja, es wirkt ein bisschen anders, jetzt nicht wie so ein typisches Museum, sondern man kann hier ein paar Sachen mitmachen, kann nicht so durchs Haus schlendern und es ist eine ziemlich offene Atmosphäre. Also mir gefällt es jetzt gut im ersten Eindruck. Ja und während die Erwachsenen das Stadtpalais erkünden, können die Kinder hier im Stadtlabor die eigene Stadt quasi aufbauen und wieder umschmeißen und wieder neu bauen. Also es ist das Thema Kinder und Architektur und es macht wirklich auch Erwachsenen Spaß. Jetzt haben wir ja gerade das Stadtpalais gesehen, das neue Museum für Stuttgart. Kommst du überhaupt raus aus deiner Kneipe und kannst dir sowas angucken? Nee, eigentlich ganz ehrlich, ganz, ganz selten. Dein richtiger Name lautet ja Kathalin. Das ist kein deutscher Name. Nee, der stammt aus dem Russischen anscheinend. Ich bin aber gebürtig in Ungarn. Ja. Und ich war vier und meine Schwester war drei, wo unsere Eltern dann halt flüchten mussten. Geflohen sind aus Ungarn über Mazedonien, also ganz, ganz weit. Ja, und bin also sozusagen auch ein Flüchtlingskind. Und deswegen ist das für mich so herzzerreißend, was hier so, wie sich die so spalten. Da kannst du gut mitfühlen. Ja, und die halten mich auch total. Es ist hier, ich möchte hier neutraler Boden. Ja. Hier wird keine Politik gemacht bei dir in der Kneipe? Nicht, nicht. Ich, nicht extrem. Nee, man kann ja mal drüber reden, man kann sich ja austauschen. Das ist alles schön und gut. Aber Fanatismus hat in meiner Kneipe nichts zu suchen. Was hat denn in deiner Kneipe was zu suchen? Alles, was sich wohlfühlt, Ruhe, Freude. Einfach, hier sollen wir ankommen, hier sollen wir sich wohlfühlen. Und das ist eigentlich mein Bestrebe. Und du bietest nicht nur deinen Gästen ein Zuhause, sondern auch den Stars und Sternchen. Da hast du eine kleine Bühne aufgebaut und vor allen Dingen ein tolles Event, was ansteht. Darüber quatschen wir gleich. Wir schalten ganz kurz weg und sind gleich wieder da und freuen uns natürlich, wenn sie dann auch wieder mit dabei sind. Ja, und was wir jetzt gerade nicht gesehen haben, wir sind ja schon am Quatschen und Quatschen. Die Kamera war noch gar nicht an. Mit dir kann man ja Stunden verbringen, Kathi. Und es gibt so vieles zu tun. Du könntest wirklich ein Buch schreiben. Und ich habe das schönste Leben gekriegt bis jetzt. Warum hast du das schönste Leben gehabt? Ich habe ganz tolle Eltern und ich habe eine tolle Familie. Wir haben immer in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe es nie bereut, nie bereut. Ich finde aber, dieses Glück behältst du gar nicht nur für dich, sondern du gibst es auch so. Ich gebe es gerne weiter, ja. Das spürt man. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist wirklich so. Und sie müssen unbedingt vorbeikommen und Kathi kennenlernen, weil du hast nämlich ein ganz tolles Event, was vor der Tür steht. Ja. Und zwar Kultur bei Kathis. Ja. Es ist ja nicht so, dass so Otto Normalos wie ich hier vorbeikommt. Nein, die Stars und Sternchen kommen bei dir vorbei. Patrick, wenn du mal hier auf die Wand, die du mit deiner Tochter gebastelt hast. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, guck mal hier unten. Die Lords. Die Lords, die kennt man natürlich. Dann haben wir Andreas Kümmert. Genau, Andreas Kümmert haben wir hier. David Blair ist da in der Mitte. Ist auch ein Bekannter aus Vancouver. Und das sind ganz junge Künstler hier. Das sind die Cliff House. Die sind am Samstag auch dabei. Das sind ganz, ganz tolle Talente. Jetzt komm, wir setzen uns wieder, Kathi. Also Kultur bei Kathis. Das heißt, wir sitzen nämlich gerade auf deiner Bühne. Hier treten die Leute auf. Du werden dann hier an deiner Wand verewigt mit Zeitungsartikeln, weil natürlich wird über die berichtet, wenn solche Menschen bei dir auftreten. Was passiert denn bei Kultur bei Kathis? Wer kommt? Georgie Chapman aus London. Eine ganz, ganz sympathische. Und dann vier Jungs, ganz tolle Künstler aus Schorndorf. Aus Schorndorf. Das heißt, du unterstützt auch die Kultur der Region. Ja, ganz arg, ja. Okay, super. Es ist auch wichtig, dass es ein bisschen so gemischt ist. Und dass sie vor allen Dingen, dass es überhaupt Künstler sind, die ihre Lieder selber schreiben. Es ist halt kein Abend zum Unterhalten, zum Lachen und zum Schäkern, sondern es ist ein Kulturabend. Also da sollte man auf jeden Fall vorbeikommen. Wir schalten nochmal in einen nächsten Beitrag. Und zwar waren wir nämlich bei einer Filmpremiere. Und die war ganz besonders und enthalten wir ihnen natürlich nicht vor. Hallo, mein Name ist Nico Hüls aka Nico Backspin. Und ich bin Head of Backspin, dem ältesten Hip Hop Magazin aus Deutschland. Und habe mich in einem Porsche Panamera in fünf Tagen in sechs Städte begeben. Und habe dabei zehn wunderbare Menschen der Hip Hop Kultur getroffen. Und habe mich mit ihnen über die Essenz von Hip Hop unterhalten. Was hast du, als du angefangen hast, dir irgendwann mal ausmalen können, was du dann jetzt als 40-jähriger mit Hip Hop erreichen oder erleben kannst? Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass Rap ein Beruf wird. Weißt du, also ich hatte ja noch quasi das Privileg, so naiv und nur von Leidenschaft getrieben da ranzugehen, dass ich keinen Moment, also weil, du kannst jetzt auch ein Jugendlicher sein und super idealistisch und von Leidenschaft getrieben sein, aber du kannst nicht den Gedanken ausschalten, vielleicht werde ich auch reich damit. Ich finde dieser Film ist eigentlich für jeden, der irgendwo den Begriff Hip Hop für sich schon mal benutzt hat. Oder der ihn vielleicht auch nicht ganz genau definieren kann, weil es in diesem Film auch nicht um Promo geht. Es geht nicht um Musik und mein Album, das gerade beworben werden muss, sondern es geht um die Persönlichkeiten, die mit dieser Kultur in Verbindung stehen. Und damit vielleicht auch sowohl für Eltern als Möglichkeit, um zu verstehen, was die Kids dann mit dem Hip Hop machen und meinen und genauso für die Kids aus der heutigen Generation, um zu verstehen, was dieser Hip Hop Begriff eigentlich bedeutet, aus dem sie ihre Musik ziehen, wo ihre Künstler heute alle herkommen und insofern ist dieser Film eigentlich für alle Generationen. Ja und dann sind wir jetzt schon beim letzten Teil. Kathi zafft gerade schon das erste Bier und du darfst deinen Veranstaltungstipp sagen. Ja und zwar am 26. Mai, Thalaue Rockt in Waiblingen heißt es und da tritt David Hanselmann auf. Ganz super sympathisch. Sollte man abbrochen. Ja, künstler. Super und mein Tipp ist, jetzt am Wochenende, Freitag und Samstag, startet im Vizemann das dritte Craft Beer Festival. Da sollten Sie auf jeden Fall hingehen. Wird bestimmt auch eine coole Sache. Kathi, ich sage vielen lieben Dank, dass wir bei dir sein durften. Es hat gerne viel Spaß gemacht. Gerne, es hat Freude gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche auch wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.